so leute da ist der fernseher der fernseher ist dann mit den ganzen laptops da verbunden zu den geh ich mal kurz hier auf dem hier läuft gerade roblox der wird jetzt gekühlt mit einem ventilator das jetzt der laptop der alles auf dem bildschirm spiegelt und da ist der wlan lupiter